heute sollte eigentlich my beautiful paper smile kommen da das zweite kapitel von gibt nur kleines problem hier da braucht man doch ein passwort für um das zweite kapitel zu spielen und das habe ich noch nicht da muss ich mich mal erkundigen wo ich das her krieg oder ob das jetzt einfach nur für die oder für den entwickler schon mal weiter freigeschaltet ist oder für den publisher und ich habe einen key bekommen wodurch ich das vorab spielen konnte zumindest das erste kapitel schon mal und der publisher hatte mir geschrieben dass ich das halt mein key sich mit der zeit zu der vollversion hin entwickelt und ich dachte mir wenn ich da jetzt schon das zweite kapitel da stehen habe dass das halt weiß hinterlegt ist und nicht mehr grau dann könnte ich das spielen aber dem ist nicht so drum muss ich noch ganz schnell eben da so zwei folge aufnehmen weil ich habe sonst gar nichts für heute und das ist ja auch nicht toll ja Untertitelung des ZDF, 2020